Flugzeuge und Fahrzeuge werden in Zukunft an Masse verlieren, sprich sie werden leichter werden, weil dadurch Energieeinsparungen möglich sind. Die Masseeinsparung zum Beispiel bei Fahrzeugen im Bereich von Elektromobilität ist zwingend notwendig, um die Gewichte von Batterien zu kompensieren. Q-Point Composite ist eine Ausgründung aus dem Leibniz-Institut für Polymerforschung im Jahre 2009. Q-Point beschäftigt sich mit der Entwicklung und Fertigung von elektrisch beheizbaren Formwerkzeugen, die wiederum für die Herstellung von Leichtbrauchstrukturen im Luftfahrt- und Automobilbereich eingesetzt werden. Die Fertigung von kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffbauteilen ist sehr kosten- und energieintensiv. Hier hat Q-Point eine Möglichkeit gefunden, dem Kunden effiziente Fertigungsmittel anzubieten. Wir entwickeln in Analogie zu dem Herstellungsprozess ein überdimensionales Waffeleisen, um diese Faserverbundstrukturen, Kosten und Energie reduziert fertigen zu können. Neben München und Hamburg ist Dresden eine der Hochburgen des Leichtbaus. Begründet sehe ich dies in der Konzentration von Forschungseinrichtungen, die sich mit diesem Thema intensiv auseinandersetzen, und spezialisierten kleinen Start-ups und etablierten Firmen, die sich mit Technologien zur Herstellung von Leichtbaustrukturen, hier besonders zu nennen kohlenstofffaserverstärkte Kunststoff, herausgebildet haben. Die Studienvielfalt hier in Dresden, zum Beispiel an der TU, sichert uns Fachpersonal, was für unser Wachstum notwendig ist. Kohlefaserverstärkte Kunststoffe, das ist unsere Zukunft. Kohlefaserverstärkte Kunststoffe, das ist unsere Zukunft.